was geht ab friends und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und somit zu einer weiteren folge little nightmares 2 ich habe es in der letzten folge schon gesagt ich finde das spiel ist bis jetzt extrem gelungen es ist gruselig es macht angst es hat jumpscares und ist irgendwie auch diese ganzen animationen sind extrem niedlich und ja bevor ihr wieder irgendwas in die kommentare schreibt ich habe wieder meinen 80s bunten fließpulli an fließjacke ich fühle mich halt einfach nicht so wohl ich bin so ein bisschen angeschlagen ich habe so kratzigen hals und nase sind ein bisschen zu aber ein bisschen erkältet wie auch immer ist auch relativ bums ich freue mich jetzt mit euch das game zu zocken und ihr wisst was jetzt abgeht geht noch mal schnell in die küche holt euch den ein oder anderen snack geht vielleicht noch mal kurz aufs klo lehnt euch entspannt zurück und abonniert diesen kanal falls ihr es noch getan habt und in dem sinne würde ich sagen let's go mit little nightmares 2 viel spaß genau hier sind wir das letzte mal raus beziehungsweise das letzte mal aufgehört wir können uns noch sehr gut an diese horrorlehrerin erinnern welche uns terrorisiert hat und dann sind wir mit dem aufzug hoch und ich höre schon ein sehr merkwürdiges kratzen keine ahnung was es ist ok am besten schleichen wir mal das ist nicht schleichen was wird hier gezeichnet ok hallo kleiner junge was zeichnest du denn hier so schön ist das ist wunderschön oder ist festgebunden schaut mal ich sehe da so ein rohr meinte wir können dieses rohr schnappen aber wir brauchen dieses rohr sogar vielleicht schaffen wir es uns hier ranzuschleichen und das rohr zu nehmen er kommt nicht so weit alter du beruhigst dich mal kleiner mann wir müssen nämlich hier durch ich weiß nicht ob wir okay wir müssen jetzt irgendwie versuchen schnell hinzukommen weil wird jedes mal zurückgezogen und wir müssen dieses rohr bekommen ok ich glaube wir müssen das einfach abwarten dass der junge eimer gegen uns läuft also zurückgezogen wird und dann müssen wir direkt dorthin sprinten und das rohr holen ok dann kommen wir zu uns gerannt kleiner verrückter und jetzt rennen 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 das reicht nicht müssen er hier hin wie weit kommt er er kommt ungefähr bis hier müssen wir so abwarten und jetzt schnappen 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 das war klaus aber gut alright dann tschüss kleiner junge das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr ok wir gehen über den stuhl hoch diese geräusche schon wieder geil und rein mit uns wo ist unser kleiner freund ich habe übrigens ich habe es in den kommentaren gelesen ich habe da ein bisschen rumgefällt die person die die ganze zeit mit uns mit läuft das kind ist ja das kind aus dem ersten teil aber ist einfach zu lang her dass ich den ersten teil gespielt habe ja gut ich habe vielleicht ein bisschen viel gequatscht das einzige was ich sagen wollte ist ja ihr hattet recht das kind welches ja mit uns mit läuft ist ja das kind aus dem ersten teil das habe ich nur komplett verpeilt weil es einfach so lange her ist dass ich das gespielt habe gehen wir mal hier schnell rein geht das oder sieht sie uns da drin oh da kommt sie sie ist so creepy oh ok sie ist weg hatte irrscht das ist halt so unfair gell hier mit dem glas aber wir können ja dann hier rechts in die kiste rein denke ich oder also let's go sprinten wir schnell hier durch und hier rein verstecken ok sie sieht uns nicht hallo was guck nicht so auf die kiste oh ich dachte gerade die holt uns gell ich dachte gerade echt die sieht uns ok also ich sehe schon dieses lumpenartige ding da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich dran hüpfen müssen alright let's go und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch oh ich hoffe sie hört uns nicht ok wir sind oben und rüber ich sehe da vorne zumindest nichts was runter krachen könnte oder geräusch macht was ist das also da schaffen wir es auch niemals rüber oder ah das können wir bestimmt umschmeißen oder ja oh da müssen wir aber rennen 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 junge rennen 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 da ist sie aber sie kann uns nichts oh oh god jetzt ist aber ganz schön dunkel schnell hier durch und hoch hä was machst du hallo sollst du da hochklettern wenn sie manchmal nicht wollen gell die kinder dann muss sie halt dazu zwingen so ok was ist hier unter uns nein sie kommt oh wo will sie denn hin lass uns doch einfach in ruhe ok geht's hier lang ich glaube wir müssen da hoch ne könnte ich mir vorstellen aber können die verschieben ok ich hoffe die hört das nicht äh äh ja ja alles ganz normal hoch mit uns und dann müssen wir hier auf den auf das Pult wahrscheinlich hier drauf hat sie das gehört alles cool man beruhig dich lauf 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 oh mein gott wir haben es nicht mehr geschafft ich bin so schlecht ok gut wir sind wieder hier gespawnt das heißt wir wissen was auf uns zukommt es fällt runter wir rennen 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 sprung sie kommt oh mein gott das ist so ein Horror weiter 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 und durch oh ich komm nicht durch Junge und jetzt und uns dann wieder festhalten ok oh Gott die fallen runter sie sieht uns aber so nicht glaube ich oh mein gott oh mein gott oh 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 nein nein du siehst mich nicht du siehst mich nicht oh oh ok da sind wir wieder nach hinten hüpfen oh ok ok jetzt wird sie gleich jetzt schaut sie hier rum jetzt schaut sie gleich von der anderen Seite weiter nach links weiter nach links oh sie dreht sich ja komplett rum oh mein gott das ist der absolute Horror ich sag's euch das ist gerade absolute Horror ok sie ist weg oh mein gott sie ist weg oh jetzt ist sie da hinten ok ich glaube wir sind sie los erstmal oh hallo Frau Lehrerin ja gehen sie erstmal aufs Klo ich weiß ich weiß es drückt manchmal ein bisschen ok jetzt müssen wir hier rum hüpfen und ich weiß wahrscheinlich werden wir jetzt wieder gegen den Bücherstapel hüpfen aber oh werden wir nicht haha sehr gut müssen wir jetzt hier auch ne da kommen wir ja nicht ran die Tür können wir nicht aufmachen die ist zu ich denke mal dass wir diese Kiste zur Türklinke ziehen müssen ich war schon wieder so lost manchmal will ich das Spiel so auf eine falsche Fährte führen indem du da jetzt versuchst hochzuklettern aber es geht einfach nicht ich hoffe wir sind die Lehrerin los ich will sie eigentlich nicht nochmal sehen alright und jetzt hoch und jetzt in die Türklinke yay Frau Lehrerin ich werde jetzt nach Hause gehen und die Hausaufgaben nicht machen aha das ist doch nett hier das ist total nett hier ah ok das ist ein Schloss sehe ich jetzt schon dann gehen wir mal nach oben let's go upstairs let's go upstairs ich höre schon wieder irgendwas da wurde gekritzelt oh ein Hund wurde hier hingekritzelt das ist ja schön ok da liegt eine Menge kann man das hier drauf werfen oder zumindest yeah und dann können wir so an die Türklinke springen und offen ich finde es ziemlich cool die Mechanik da versteckt sich ein Kind ich sehe das ihr seht es auch oder der will uns der will der denkt wir würden die nicht sehen aber Kollege ich sehe dich du kannst da liegen und schlafen wenn du möchtest oh was sind das denn für Gemälde aber nicht so schön wozu sollte ich das hier runterschmeißen wollen brauche ich das für irgendwas I don't know aber ich sehe auf jeden Fall dass man sich hier glaube ich festhalten kann und hoch damit oh ok das ist ein Rätsel das sehe ich jetzt schon das ist irgendein Rätsel alright gehen wir mal zu der zu dem ja Schach Dingsbums hier oh da ist der kleine Junge tot hallo kleiner Junge oh he's dead der ist festgebunden worden und ist hinüber ok alles cool man dann holen wir uns mal den Kopf alright was ist wenn wir hier den Kopf abschrauben den mitnehmen und ihn hier dran machen um dann den anderen Kopf weg zu machen wow is a genius is in the house ich bin eigentlich voll schlecht in so Rätseln aber das Gute ist dass die Rätsel hier nicht so schwierig sind ok und jetzt können wir hier hoch zack holen uns hier die Krone können die Krone hier drauf machen äh Moment das legen wir hier hin jetzt nehmen wir nochmal den hier warum auch immer wieder hoch können und die Flasche holen wir machen das einfach mal vielleicht bringt das das ja irgendwas absolut gar nichts cool hat sich gelohnt und hier kommt der König BÄM irgendwas ist aufgegangen also das Licht ist zumindest an und irgendwas ist aufgegangen da ist der Schlüssel nimm den Schlüssel mein Sohn du kleine süße Quietsche Ente ich werfe dich let's go wir haben den Schlüssel wir können nach unten gehen und die Türe öffnen und auf geht's einen unserer kleinen Freunde würde ich oh kommen wir jetzt in die Mensa ist nicht anders wenn wir so in die Kantine oder so kommen oh ja es sieht schon danach aus ok das müssen wir wegschieben wahrscheinlich ja oh ja oh ein Leichnam ja gut die ist hinüber oder der oh hier ist noch so richtig eingedrückt werden kann finde ich das ist eine coole Animation ist irgendjemand eingefroren hallo was das wohl zu bedeuten hat ah da oben ist eine Luke die habe ich vorher nicht gesehen ich weiß nicht die ist mir nicht aufgefallen und rein mit uns oh nun sind wir in der Küche oh nein da hinten steht wieder ein Junge und ein anderer Junge oh der Piech da rein der hat in den Topf gepiecht was eine kleine Ekelsau so ich würde sagen das ist ein guter Punkt um diese Folge zu beenden ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch mindestens genauso gegruselt wie ich also ganz ehrlich diese Folge war wirklich intens vor allem mit dieser mit dieser gruseligen Lehrerin ihr merkt schon meine Stimme kackt langsam ab diese gruselige Lehrerin alter Schwede das war übertrieben krass ich habe es mega gefeiert schreibt es gerne mal in die Kommentare wie ihr diese Folge fandet habt ihr euch erschreckt oder fandet ihr es eher langweilig also ich habe mich mega erschreckt und fand es extrem spannend muss ich sagen aber der der spielt dem geht es ja auch immer ein bisschen anders wie dem der zuschaut meine Nase läuft wie dem auch sei ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geht sofern es euch gefallen hat abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke falls ihr dies noch nicht getan habt und in dem Sinne würde ich sagen schön dass ihr wieder am Start war Friends hat mir sehr viel Spaß gemacht euch zu unterhalten und wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut habt euch alle lieb ciao 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 ciao